Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe hier heute einen kleinen Kajakfahrer von Playmobil aus der Summerfun-Serie. Geeignet für Kinder von 4 bis 10 Jahren, die Nummer 667 und 74, also 6674. Und im Set enthalten sind vier Teile. Einmal der kleine Junge mit einer Schwimmweste, der ist ungefähr 5,25 cm groß. Ein Kajak und ein Paddel. Und das eignet sich auch super gut für den, das ist Schwimmpark von, den Summerfun-Park von Playmobil. Also den kann man da schön integrieren. Und ich mache das jetzt mal auf und wir schauen uns den mal etwas genauer an. So, hier sieht man alle im Set enthaltenen Teile. Das ist einmal ein kleiner Junge mit blonden Haaren und einer grünen Badehose. Die Hände sind beweglich und auch die Arme, der Kopf auch. Und üblich wie bei Playmobil können die hier so in der Hüfte einknicken. Und der hat eine blaue Schwimmweste. So, damit der auch sicher im Wasser ist. Und hier ist ein kleines Kajak und das kann auch im Wasser schwimmen. So, das kann man dann zum Beispiel in diesem Wasserpark, Aquapark von Playmobil, ja, mit im Wasser schwimmen lassen. Oder auch so mit im Schwimmbad, mit im Swimmingpool spielen. Ist wirklich ein schönes Spielzeug für Kinder. Und so sieht der kleine Junge jetzt aus. Der kann dann so auf dem Wasser schwimmen. Und hier kommen noch die Paddelbewegungen. Ich finde, der ist wirklich total schön und niedlich. Ein schönes kleines Summerfun-Set. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr schon mal jemals Kajak gefahren seid. So wie der kleine Junge hier. Und wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos. Schaut die Wasserpark-Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!